Es ist Freitag und freitags verkünden wir in alle Wetter in unserer Wettersendung immer die Los-ID, die auf dem Gewinnschein hoffentlich obendrauf steht. Die gibt es nur ein einziges Mal. Nach dem Tombola-Prinzip wird sie immer ausgelost und sie wurde vor wenigen Minuten in Wiesbaden gezogen. Und wir schauen sie uns an. Und die Los-ID für heute lautet 71618. Ich wiederhole es nochmal. 71618. Schauen Sie mal auf ihr Los, ob diese Nummer da vermerkt ist. Und das Tolle ist, es gewinnt nicht immer nur ein einzelner Teilnehmer, sondern ein ganzer Landkreis. In diesem Fall ist das also der Main-Kinzig-Kreis. Und je mehr Leute mitspielen, umso höher ist auch der Gewinn. Wir schauen uns also die Gewinnausschüttung für heute an. Einmal werden 11.775 Euro ausgespielt. Einmal 2.500 Euro, sechsmal werden 500 Euro ausgezahlt. 66 mal 50 Euro, 297 mal 10 Euro und 1.178 mal 5 Euro. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, wer mit dabei ist. Und wenn Sie möchten, seien Sie das nächste Mal mit dabei. 5 Euro kostet ein Los.